Moinsen ihr Lappen und herzlich willkommen zu einer ersten Folge einer neuen Projektidee, mal sehen wie sich das ganze umsetzen wird. Wir sind hier in League of Lappen, auch bekannt als League of Legends und ja, wir gucken mal, ich bin der Lappen, ich bin gerade mal Stufe 3, hab gerade mal 3-4 Spiele hinter mir. Tom hat extra für dieses Projekt einen neuen Account angefangen. Wir sind zwei, haben uns einfach so hochgelevelt, dass wir keine Bot-Games mehr haben. Das war unser Ziel und jetzt fangen wir mal an und gucken, was uns erwartet. Mit unserem Skill und was auch immer. Ja, sind wir mal fertig? Ah, da unten. Und Blitzcrank auch noch. Ja, Ringer 1. Braucht manchmal ganz schön lang. Ah, verdammt, der da oben, äh, Seferia, der Twitter. Ja. Alter, was braucht der so lange? Ich glaube, die Gegner-Team sind auch zwei pre-made. Ja. Dieses X-Serie-Ton und X-Sword. X-Sword. Äh, was sind das eigentlich immer für Namen? Weißt du, Chef-Lappen oder Pro-Lappen, das kann ich einfach verstehen. Aber, äh, Seelie. Pro-Lappen. Der Name kommt nicht von mir, der kommt von Jürgen. Ja, ich dachte, ich, äh, ich meine, wenn wir schon ein Team sind, dann muss man das auch irgendwie namentlich erkennen. Du kannst ja nicht, keine Ahnung, ist ja wie wenn du sagst, äh, beim Fußballspiel irgendwie, äh, der eine kommt von Bayern und der andere von, äh, von Dortmund, nennt sich dann eigentlich normalerweise Nationalspiel. Bayern-Dortmund. Nennt sich normalerweise Nationalspiel, aber... Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Aber wenn die beide als Dortmund spielen sollen, dann müssen sie halt für Dortmund entscheiden. Und dann kann ich nicht sagen, ich heiße Bayern. Boah, was haben wir denn da für langsam Kriecher? Ja, der, der wird... Ja, so ein Steinzeitcomputer. Du, das, äh, das ist noch so eine uralte Leitung, wo du noch pro Kilobyte zahlst. Das ist noch so ein uralter Tag. Pro Kilobyte. Ja, pro Kilobyte. Ein, nur 0,01 Cent pro Kilobyte. Mhm. Dann kann er sich ausrechnen, ja, ein Spiel geht 45 Minuten, dann, äh, kostet mich das Spiel 2,30 Euro. Ja. Töne. So, der eine ist fertig. Der andere krackst den bei 94% rum. 97. Bei mir. Und ich hab ne gute Ping. Ich hab nur deine 58er. 23er. Die, die haben bestimmt ne 100, äh, wie hoch ist deine CPU-Auslastung? Ich hab keine Ahnung, aber bei 10% vielleicht. Ah, mein ist bei 2. Wow. Octocore. League of Legends, oder League of Lappen, das zieht ja auch gar nicht viel. Ja, es ist auch nur der Ladebildschirm. Ja. Das ist immer so. Immer doch. Haben wir es jetzt mal jetzt noch nicht alle fertig, oder? Seht es richtig? Ja, na, Peter. Oh, endlich. So, erstmal in den Shop. Erstmal das Wichtigste kaufen. Dorans Schild. So, ich hab wieder so'n Kack. Ja. So, erstmal ein bisschen Fähigkeiten ausbauen. So, hoch. Ich muss gleich dann nochmal die Grafik müssen unterschalten. Was? Läuft das nicht flüssig? Ich hab 50 FPS im Moment. Ich hab 30, 60. Wie langt du? Wie viel willst du denn? Ja, ich hab jetzt auf hoch runtergestellt. Ich hatte vorher sehr hoch, sieht immer noch schnieker aus. Schafft er es nicht? Ich bin auf Ultra, äh, also höchste einfach. Ja, hatte ich auch bis jetzt gerade, aber in der Aufnahme ruckelt. Aber das ist unprofessionell. So, warte ich mal hier im Busch, bis der Rest kommt. Da wo darf ich denn hin? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Was? Da ist nochmal eine. Oh Gott, so früh schon ein Troll im Team. Was? Was ist ein Troll? Ja, der sieht es nicht ein, dass er nach unten hockt. Jetzt geht er nach unten. Wow. Ah, nein. Und ich hab mir das erstmal verschrieben. Reifen wir ihn an, oder nicht? Warten wir auf die Gegner? Nein, ne, schreib. Die werden weg. Die werden. Da kommt noch einer. Ich renne schon. Verdammt, ich hab Kuh noch nicht ausgebaut. Nein, noch einer. Verdammt. Ich lass Leona jetzt erstmal sterben. Wie dumm muss man sein, um so zu sein? Ja, das frage ich mich auch grad. Mann, ich bin so dumm. Oh Gott, Leona, wie dumm bist du. Und Leona wird nicht sterben. Oh, ich bin doch so schlecht. Ich muss ein bisschen hochleveln. Alter, was macht denn jetzt alle in der Mitte hier? Ja, ich weiß ja, ich bin in die Mitte geflüchtet, weil da oben so viel sind. Aber ich geh schon wieder hoch, keine Sorge. So viele kleine Leute regen einen auf. Ein weiches Herz, nichts zu fürchten. Aua. Nein, verdammt, verdammt. Ich hab zu wenig Skill dafür. 7 Sekunden, 6, 5, 4, 1, 2. Ich find das voll geil, dass hier jetzt auch in der Mitte ist bei den Gegnern. Und dann kriegt Annie. Oh, so, jetzt sind sie noch zu drin in der Mitte. Pff, was sind das denn für Kack-Gegner? Ja. Oh, jetzt muss ich auf der Seite sein. Müsste ich's hier. Äh, Alter. Ja, was könnte ich denn? Zu langsam. Oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht verlangsamen. Die falsche Taste gedrückt. I hate it. Ja, das ist wer die geblieben. Oh Gott, Yee läuft sogar noch in die Richtung. Wieso macht er so viel Damage? Aua! Renn, 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 renn. Ich sag jetzt immer zu mir selber. Keine Ahnung. Macht es sich immer sinnvoll sich selber so anzuschreien. Ich muss voll geil wie drei erstmal da mit rumgammeln. Ja, ich gammel hier mit Megadoragi an der Seite. ich habe keine ahnung schlechte idee erster tod überlegen wir bis jetzt sind meine erstes nicht spot oh god die gegner sind echt erbärmlich er es gibt der er gegner sind die sind erbärmlich es gibt auch welche sind wieder gut wenn ihr habt einiges der unterstieg der da akkord leone leona sollte aufhören dieses spiel zu spielen sie ist so kacke naja wenn sie einen skill dafür haben auch für den trinder muss ich einfach nur zurücklaufen na komm tinder kommt tinder der tower macht dir nix das hast du schon zweimal erfahren ich mach dir auch super wenig damage ja ein bisschen kugel hochskill ja breite weg 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 was wird das für ein ding mataleona geh weg naja das kann ich auch oh god ich bin so schlecht eigentlich mit los komm 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 im schutze des towers warte ich auf regeneration finde ich schon geil wenn man sich selbst regeneriert so schlecht wie die das ist ja sogar mein 80 jähriger opa besser als die ein verbündeter wurde getötet ein verbündeter wurde getötet ist auch nicht schlecht ist das gut oder schlecht das ist schlecht ach so verdammt wieso nicht ein gegner frage mich auch ich versuche immer irgendwie klar nein jetzt nimmt mich auseinander nehmt mich auseinander ich bin gleich tot keine i need to be again away shan und die ist hässlich geworden ich stand so gleich wie sie immer ruft erhält er war dominierend oh oh je kommt nee ich werde zu übermütig ja nicht zu übermütig werden es steht knapp 7 zu 8 so eine lappe hilft mir ja wir sind halt die Lappen du bist der Lappen du bist auch ein Lappen wer heißt sie pro Lappen ich bin halt der Chef Lappen ich heiß so ja ich weiß dass er sich anerwenden ich habe immer eine 06 und ich habe eine keine Ahnung was 0 1 äh 1 0 auskommt wenn der Traum macht er nächstens wenn der Traum macht er sich anerwenden ich bin halt dringend was für Leben kauft mir gefällt meine Lebensanzeige nicht ja verkloppen super gute Idee und die hat mich sogar getroffen die hat mich sogar getroffen die hat mich verlangsamt ich habe mich anerwenden doch da musst du reinlaufen nein doch ich sehe das doch da musst du jetzt reinlaufen das hier sieht nach einem spannenden Kampf aus los komm her ich habe ich gleich wie sie alle unten angekriebt kommt in der Mitte meine ich aber die Unheitmittler eingesehen dass sie BOT spielen ich habe mich noch bekommen der war doch so knapp verdammt ein BAL Julian du hast gerade so schön gespielt ja ich gehe halt gerne mal auf Risiko weißt du ich gehe immer gerne mal auf Risiko das macht das ganze Spannung wo bist du dann? gucken wir mal zu dir da wegschau ah bin schon wieder ich 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 bin schon wieder äh ich brauche noch irgendwas überlege ich gerade ich bin nicht warte wir Ende einen irgendwie andauernd Stunt ja bisschen bessere Schuhe bin ich bisschen schneller hoffe ich doch zumindest mal oder bringt es was ich habe jetzt recht gut gute schuhe 20 prozent schämen da ist wieder einer damit über sein und da kommen wir ja jetzt gut ist für den nicht so vertraut wenn das hat er gerade nein verdammt ich renne ja schon weg keine sorge sieht man rennt weg ich bin nur kurz reingegangen die regner sind eine lappen team besonders gleich ja ich meine es ist es heißt ja auch schnell liegt auf lappen da heißt es man muss sich besonders gut sein eher besonders schlecht ich bin der einzige aus meinem team der gut ist was der hell ist das für ein ding und das werden hundertprozentig verlieren weil so gut bin ich nicht mit weiger nein 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 also ich war vorhin so gut oh ja aber Darius ist auch fies Darius ist fies Darius ist echt gemein ja ich stelle der in der Hand ich bin so gut ich bin so doll ich bin der Chef Lappen aus Tirol nein wir haben den Turm doch niedergemacht nein wieso wir haben unseren Turm plattgemacht ich begebe mich langsam auf dem Niveau dieser Gegner was so schlimm naja es kann nicht sein bist du tot oder was ja zum zweiten Mal schon ich habe auch schon zwei Tore ja du bist auch ein Anfänger du hast nebenbei schon drei Tore drei wirklich oh da gehe ich mal Catelyn aufhalten so dann haben wir sie alle mal und dann sind die gleiche alle weg da kommt er wieder wieso Alter der Darius ist einfach so fies nein so kurz war die Fähigkeit nicht so ich bin sogar so kacke nein 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 renn 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 er hat eine Fähigkeit übrigens wo er sich ranziehen kann und das war sein Ulti Alter bin ich gerade so schlecht wieso nur so Leonas scheiße bestimmt gerade auch AFK Tom das lädst du hoch obwohl vielleicht vielleicht ich so am Rand so am Rand so ein Millimeter klein ja ich ich überlege echt ich muss das mal gucken ob ich das mache oder wie wir es ob oder wie wir es machen in Sachen einfach dass wir beide Sichten rein tun nein du bist schon wieder ein Turm ich glaube das haben wir so bald schon verloren von der Seite auch Blitzkrank wie sagst du denn denn weggezogen ich bin schon in der Base drin Tom und komm und hilf mir ich bin genau an der gleichen Stelle hier wo hat der denn hingefangen stehen drei Gegner und er fängt irgendwo mitten in den Wusch rein oh oh wieso macht der da einen Rückruf was bringt das darf ich was fragen was bringt ein Rückruf noch da bringt das Regeneration ja 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 der macht dich platt ach der macht mich nicht platt vielleicht doch aber ich war schneller oder wäre schneller gewesen aber wir können doch nicht mal aufgeben schon als 15 wie lange läuft das Spiel ist ich glaube mal 15 Minuten ja aber 20 kannst du aufgeben na dann hat man ein Game verloren weißt du gute Verlierer sind dann gute Verlierer wenn man zugibt dass man ein Lappen ist ja du bist ein Lappen ich gebe es zu und wir spielen noch mit der Pro Lappen das heißt eigentlich ja ja erklärt sich von selbst ja das haben wir eh schon verloren das natürlich das hat keinen Sinn mehr dann sind wir noch ein bisschen vertreiblich jetzt klingt du ein bisschen schlecht MOStime esempio ich kann mal einen Schiff jetzt schaffen ich kenne mal ein bisschen teurer od dépfil vielleicht nicht so was kann ich mir gar nicht das heißt nichts vielleicht bringt sie was überhaupt was besser zu kaufen ich weiß nicht was du meinst ich habe ein besseres wert gekauft das verstehe ich unter die machen etwas zu viel damit ja der meinung bin ich auch was ist das für ein scheißteam ja das ist halt das das land blitzkranken ist einfach nur scheiße wo er denn schon ein eid wir haben dann was wir mal machen wenn man zwei afk leute hat und die da noch richtig scheiße sind ich meine dafür sind wir eigentlich gar nicht schlecht ganz ehrlich nicht zugeben die macht mir kalt oder fast auch kommt wenn ich weiß doch dass du mit mir spielen willst so dass er so richtiger Lappen wer den ich kann natürlich nicht haben neil ist oder was ich weiß euch denn noch eine bessere ich habe schon keine pflicht mehr noch weiter zahlen hier einfach mal voll aufgeskillt ich weiß zwar nicht ob das das bringt oh nein 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 genau zusammen und oh alter das war jetzt richtig knapp dieser scheiß Bär habe ich jetzt getötet oh Gott oder nee Sam Mellis ich sehe wie in der FPS Anzahl nicht wie viele Sekunden das Spiel noch hat egal die haben es eh jetzt verloren es hat äh ich sehe die FPS äh 19 Minuten und irgendwas ja das weiß ich auch 19 Minuten haben wir damit eh gewonnen ja auf die Zahl kommen ja ist immer eine kurze Runde für die Gefletschens oder ja ich habe schon mal so eine Stunde gespielt oh mein Gott sie hat verloren oh nein dann kann ich doch eigentlich nur noch dazu sagen scheiße ich bin auf F6 gekommen nein ich habe jetzt die Aufnahme beendet ja nimmst du noch auf ich nehme noch auf das wäre kein Problem ich bin ein Lappen äh ja aber nicht im Spiel wir sind beides Lappen wir brauchen eh nur einen Ton und ähm somit sage ich doch eigentlich äh wenn euch Lieg auf Lappen gefallen hat die erste Runde lasst dem Ganzen das Positives da und äh nicht vergessen Lieg auf Lappen ist immer noch Chefsach bis zum nächsten Mal tschüss bye bye